Ah, das ist ja gar nichts mehr. Da sieht der Lamm aus hier. Ja, komisch, das war, also vorher hatte ich da eine Speicherung. Ich würde mich mal interessieren. Ich würde mich nicht mehr schicken. Ich würde mich nicht mehr schicken. Ah, weiter speichern und dann. Ok, und wenn ich es nochmal aus und an mache? Ok, funktioniert. Super. Spannende Musik Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, das war's zur Vorgeschichte von The Legend of Zelda A Link to the Past. Löschen wir das mal. Ja, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt von The Legend of Zelda A Link to the Past. Hier ist nochmal der Karton, so in your face. Ja, habt noch viel Spaß mit Spielen oder Gucken oder was auch immer ihr macht. Und das war euer Sölle Kerspitz. Vielen Dank, bis zu Schauen und bis zum nächsten Unboxing. Oder was ich auch will. Ciao. Sölle Kerspitz. 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 Bis zum nächsten Mal.